Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ähm, zu einem neuen Vlog. Ich zeige euch gerade, was ich einkaufen gewesen bin. Und zwar einmal Totila-Stress. Zweimal, wie man sieht, ich war im Mikro gewesen. Moment. Ich habe noch ein bisschen gedreht. Dann Hafer vollkommen knoffen. Tomaten. Dann Soja-Naturjoghurt. Dann Sweet Chili-Sauce. Die müssen unbedingt in die Frier-Erdbeeren. Und irgendwo habe ich noch Himbeeren. Genau. Dann einmal so ein Grieß. Hartweizengrieß. Dann einmal Quinoa. Dann Skier zweimal Natur. Dann geht es weiter mit Hackfleisch. Das war reduziert gewesen. Sonst brauche ich einmal. Und einmal Polé-Brust. Mit Curry. Das habe ich gar nicht gesehen. Mit Curry. Dann ein Kopfsalat. Magerquark. Hier haben wir die Himbe. Die muss ich wirklich dringend in die Gefrier wieder packen. Dann Banane. Dann dreimal so ein Joghurt mit Meerring. Dann Ahornsirup. Hier Äpfel. Hier ist der dritte Joghurt. Dann ein Eisbergsalat. Dann Frischkiese. Und drei Kuchen. Und das letzte zeige ich euch auch gerade, was wir gekauft haben. Oder besser gesagt ich. Und zwar so ein Grill. Genau. Sieht noch sehr gut aus. Damit den scheint auch groß zu sein. Ja. Genau. Das muss jetzt verräumt werden. Und ja. Das mache ich jetzt auch gleich. Ich habe noch nicht so viel gefilmt. Aber ich habe komplett die Küche aufgeräumt. Und gepotzt. Ja. Ich drehe euch. So sieht die jetzt aus. Ähm. Ja. Da muss ich noch flecken. Ja. Aber besser als vorher. Leider habe ich, ähm, vergessen das nicht zu filmen. Schlauerweise. Und ich hoffe, dass ich den Futol, ähm, mit hochladen kann. Weil das wäre dann nicht der Anfang. Ich hoffe das funktioniert. Ich habe bei der Kamera gerade ein paar Sachen anders eingestellt. dass es nicht ganz, ähm, so hoch, so hoch ist, ähm, dass es nicht ganz so viel GB braucht. Genau. Ähm, muss ich dann mal schauen, ob es funktioniert. Ich hoffe, dass es klappt. Dieses Mal. Sonst muss ich mal beim Macbook schauen, ob es da funktioniert und ob es da geht. Morgen bin ich arbeiten. Ähm. Da. Ja. So geht's. Und ja. Sonst. Es war eigentlich nichts weiter. Ich werde nachher wohl noch beim Bild weitermachen. Wo ich euch so ein bisschen Fleisch mitnehmen kann. zum zeigen, wie weit ich komme oder wie weit ich gekommen bin überhaupt. Ja. Mit Weltwirtschaft läuft es übrigens auch sehr gut. Also ich bin da mega zufrieden. Ich bin happy, ähm, in den paar Tagen ist auf jeden Fall schon wieder ein bisschen runter. Ich werde jetzt auf jeden Fall dranbleiben und das auch durchziehen. Auf jeden Fall. Ohne wenn, ohne aber. Und das werde ich schauen. Genau. Und ja. Ich meld mich einfach später davon. Bis dann. So. Ich meld mich schnell einmal. Ich bin leider nicht so weit gekommen, wie ich gerne gewollt hätte. Ich wäre gerne hier schon weiter. Aber dann durch das es schon so spät ist, ähm, werde ich jetzt ins Bett gehen. Und danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Bis dann.